Moin Leute was geht da? Willkommen zu einem neuen Video von mir und ja wir machen auf jeden Fall ein verfordernd Video mit MoinTV Moin und ja also wie läufts auf jeden Fall und ja Leute ich habe mir den Attipass gegönnt Ja das kenne ich Leute und die Begrüßung war schon so cool also ja auf jeden Fall MoinTV zocken und ich werde nur reden also ja Leute weil ich kann nicht so gut Ich werde dann danach das Video blau warten Ja auf jeden Fall weil ich habe das noch nie gemacht und du schaust auf jeden Fall bei MoinTV, das sind die coolsten Videos auf jeden Fall Und gibts den Like Ja das ist auch wichtig Leute Und Leute nachher werden wir vielleicht auch noch streamen mal gucken Ja mit Facecam Ja dann schauen ob wir Lust haben in Berlin Ja richtig Wir gehen auf jeden Fall zu Crazy Grove Crazy Grove Crazy Grove Oh mein Gott Ja Ich hoffe ihr versteht mich super bei mir Crazy Grove Crazy Grove Crazy Grove Badum Badum Der Nose auf jeden Fall ja Crazy Grove Crazy Grove Badum 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 Stupidus Fatum Alright ού Badum Badum Bum Podcast Ne Chinese Is Tan Dass Ne Ich weiß nicht, wie du die zeigst, aber ich weiß nicht, was du im Hintergrund bist. Uff, uff! Zaun auf der Polizei! Uff, uff! Zaun auf der Polizei! Nein! Wie heiß doch, verdammte Scheiße! So Leute, ja. Ich glaube, hier sind gar keine Gegner in diesem kleinen Dorf oder Ort. Kleines Dorf. Kleines Dorf? Was ist die Kleines Dorf? Ach, naja. Für Fortnite ist es nicht so klar. Naja, Einzelsfeld ist schon im Straßenhof gelöst, am Straßenhof und Einzelsfeld. Die Straßenhof und Einzelsfeld kannst du aber nicht mit Fortnite vergleichen, ja. Außerdem ist da vorne leer, oder? Was? Oder habe ich mich geirrt? Keine Augen, du haben! Ich habe nix Augen. Das ist aber merkwürdig. Nein! Doch, das ist merkwürdig. Aber so wohl heftig merkwürdig. Aber so wohl heftig merkwürdig. Ah, ich glaube nicht. Das ist so schön krass. Ah ja, und Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem neuen Fortnite-Update hält. Und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr euch auch geschneit habt. Geschneit? Ja. Geschneit hat. Bei mir zu Hause hat es auch, oh, ich habe sie geschnert. Mein Ort halt. Ich sage nicht, wie das heißt. Du hast es gerade gesagt, Einzelsfeld und Straßenhof ist aber größer als. Ja, aber die wissen nicht, von welchem das ist. Ob ich in Straßenhof wohne oder Einzelsfeld. Hm, das ist eine gute Frage. Und die wissen wahrscheinlich nicht mal, wo das ist. Leute, ein Mokos wohnt in Enzelsfeld. Ja, aber wo in Enzelsfeld? In Parklux. Nein, Spaß. Ja. Das gibt es gar nicht. Er wohnt irgendwie im Straßenhof. Ja. In der Kakakasse 17. Richtig. Und in Tirol. Was ist da? Alles klar. Da kann man aber gebannt werden. Echt? Wieso machst du das dann? Wegen Flyhack. Das sind aber nur Scharkeln. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Basketball spielen. I like basketball. I like baseball. I like baseball. I like baseball. Ja, hör auf, Mann. Kannst du es? Du auch nicht. Hör auf jetzt. Du fackst ab. Du fackst ab. Du fackst ab. Du fackst ab. Ich geb sie gleich. Du fackst ab. Du fackst ab. Du fackst ab. Du fackst ab. Das wird gar nicht. Du fackst ab. Du fackst ab. Tick ab. Das ist in Deutschland, das ist nach Spanien gezogen. Machen hier viele. Da geht die Post ab. Da geht die Post ab. Okay, jetzt reicht die Schnauze. Leute, da geht auf jeden Fall die Post ab. Da kriegen wir jetzt vielleicht ein oder anderen Kill. Oder die Sterne. Mach halt kurz. Ich halte deine... Wie viele Sachen da liegen? Leute. Oh, goldene Skar, goldene Skar. Falle. Uh, da war eine Falle. Nein, da noch die Skar. Ja, jetzt sind wir tot. Egal Leute. Ja, ich hätte eine goldene Skar gehabt. Ja, Leute. Leute, noch eine Runde oder was ist das? Ich würde sagen, das war's das für mich für den Anfang. Okay, Leute. Und wir bearbeiten das. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei mir vorbei. MojangTV. Und abonniert auch den Kanal. Die zwei. Auf meinen Kanal und MojangTV sind genau. Und schaut das erste Video, das letzte Video an. Das ist das coolste Video für heute. Ja, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Mojangi. Ciao. Und euer Skymiki. Bis zum nächsten Mal.